So, ein Stück Falten, oder? Genau. Genau. Ja, wie? Was? Fliegen. Ja. So wenig Falten, oder? Mit wem? Mit mir, oder? Genau. So, richtig gehören, oder? Du vertraust du mir so? Ja. Sicher? Also du hast die Klamotten an, die hier zu dem Service gehören. Wolltest du das wohl hören? Gut. Gut, das ist eine von uns, mir vertraut. Ja. Gut, ansonsten, letzte Worte willst du sagen? Nein, das sind nicht die letzten Worte. Okay, die waren deine nächste Worte. Super, viel Spaß haben. Und ich wünsche dir viel Glück. Danke. Super. Gut. Und ich wünsche dir viel Glück. Das war sehr, was wir auch von der Präumatung. Ja. Ja, das war wirklich gut. Das war, der ist das ist. Tschüss. Und ich wünsche dir noch mal. Ich wünsche dir viel Glück. Betreuung auf, was ist das? Und ich wünsche dir auch mal. Ja. 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 Na, nicht gut. Bis zum nächsten Mal. 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 Ohne Ende. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Geil, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.